im spiel weiter war das laut er tickt noch geradeaus da kommen wahrscheinlich spieler lassen wir in die halle ist mal in die halle naja ich gehe hoch die treppe ich werde eh da oben sterben aber naja nee warte mal ich mache es anders hier einfach nicht so laut ich kann bestimmt welche rein du siehst mich ja ne wir können uns eigentlich wir können uns eigentlich verstecken und hoffen dass der ein oder andere die tür aufschließt ja pass auf rechts schießt einer der ist gar nicht so weit weg und hinter uns offen auf dem parkplatz es kommt hundertprozentig welche rein ja tatsächlich komm mal siehst mich hier rechts an der eingang hier in der kiste oben auf der kiste drauf hinterm roten container nicht gerade nicht du siehst mich echt nicht vor ich voll in die fresse geht ja natürlich ich brauche deckung deckung wie geht nicht wenn ich mich move dann sah ich den gegner wo ich bin ich komme nicht raus wir gehen jetzt davon aus dass da noch einer ist tick noch so ich komme nein nein da wird noch einer sein jetzt kann ich einfach ich stecke unten am boden also glaubt mir wenn da falls da einer sein sollte ne ja naja deswegen hasse ich das ich weiß ganz genau ich leg mich da rein und kassier instant ein headshot wie immer aber wir werden warten wir werden noch warten leute aber mir jucken schon wieder die finger ich muss ran das ist das ist das ist die leute sucht von ich ich püsche mich an ich püsche mich an naja wenn du abgeknallt wirst schönes sterben wakku du musst mir helfen er kommt hier bei mir er ist hier rechts bei mir ruhig ruhig er geht hoch er geht hoch glaube ich er hat mich noch nicht gesehen ich muss nachleihen er ist oben noch er ist tot das ist soweit offen das ist mir so krass offen fasst doch sein dtm dr fass ihn an fass ihn an du hast ihn getötet ok der hat nur ne scheiß shotgun gehabt alter was soll ich denn damit ich dachte der bringt mir voll den guten stuff mit der hat ne scheiß shotgun wir können ja tauschen ich sterbe ja eh pass auf du gibst mir die shotgun und du kriegst seine waffe erst mal würd ich gucken was das ist der hat ne richtig geile waffe also wenn du dazu sagst die ist scheiße dann hast du keine ahnung aber ich nehm sein docteck mit ich brauch geld was für ein devil hat denn der zwölf warte ich tu seine waffe wieder rein und hier nimm du das hat 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 da ein visier auf gehabt oder so weißt du das helm hat er auf gehabt und seinen brustschutz aber halt einen ganz normalen helm ne weißt du was ich mache ich werfe meine waffe weg der hat mir so viel munition da gelassen wie du hast ein headset auf du ein headset ja ja hast du hat er die tür oben aufgeschlossen er war mit dem schlüssel dran aber ich weiß nicht ob er es komplett zu ende gemacht hat bestimmt nicht ich geh mal gucken ja kann man hier seine waffe hinschmeißen alter tick nur da guckt keiner ein escape von takov spieler guckt da niemals nach das sagst du junge nein nein wirklich da danke danke tut hier ist eine hdd drin die da kannst du später mit dem hideout dings machen 60er magazin herstellen was für einer ein qr e s wo habe ich hier gerade aufgehoben arschloch ja wahrscheinlich schlüssel für zimmer 306 im ostflügel des resorts er ist für schau lang wir dürfen jetzt nicht sterben wir dürfen nicht sterben hast du mich verstanden was gesagt als getan junger ich weiß das visier ist zwar schön und gut aber gefällt mir nicht oh tick nur ruhig links 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 hier an der straße hast du ihn gesehen oder das ist nur einer mit einer pistole trotzdem töten diese spiel ist ja ja ist er tot nee nee glaubt nicht komm wir überraschen ihn los doch er ist tot da liegt er ja echt okay ich heilte mich aber hey haben wir schon drei spieler getötet wie viele spieler sind hier insgesamt keine ahnung oh da hinten achso das ist nur ein skeff soll mal gucken das sind 500 meter bestimmt okay ich glaube der erste skeff ist das sind 200 meter niemals hast du diese headshots gesehen ach hab ich die nicht gemacht nein ich hab die gemacht alter ich gucke zum schluss ja kannst du machen ich habe beide getötet alter ich wollte auch einen töten das war meine mission alter ach scheiße achso sag das doch ja dann machst du den nächsten da hat er mir die bots nicht überlassen pass auf wenn der auf dem turm jetzt nicht da ist dann ist genau vor dir irgendwo einer ja spieler wo genau vor uns vor uns direkt hinten bei hinter bei der blauen wand bei der blauen wand hinten direkt bei dem blauen container vor uns bei rechts rechte seite so rechte seite ja ja diese bs hab ich ihn gerade gesehen Techno der geht renn weg die die spielen länger tag auf renn weg sag ich doch renn weg komm zurück komm zurück alles gut komm zurück wir werden sterben wir werden sterben lass die andere Seite bitte gehen lass die andere Seite bitte nein komm zurück komm einfach den Weg zurück Techno komm den Weg ich sitz da ich sitz da der eine von denen hat gemerkt dass wir scheiße Munition drin haben deswegen ist er vorgelaufen wir verschieben uns ja ja der eine ist weggelaufen der andere war weiter hinten wir verschieben uns ja 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 glaub mir aber wenn sie das ja wissen dann jagen sie uns doch jetzt das kann gut möglich sein ja ja warum sind wir noch hier deswegen lass er voll auto voll auto du meinst meine shotgun ja ja zur vorsicht Jupp ich sehe sie Techno von hinten auch nochmal Techno komm zurück komm zurück komm zurück Alter wir werden von zwei Seiten grad kann es sein dass ein Sniper Dude dich gerade von hinten abgeknallt hat irgendein Typ wollte mich haben ja ja alter ne mir ist ein Splitter eingedingsdet ja bei mir auch ich liege hier einfach ich höre ich höre das der liegt da immer ich leg mich zu denen ja ich will denen jetzt echt nicht begegnen Alter oh wo wollen wir lang warte ich prüfe grad wo diese scheiß Hütte ist ok da liegt keiner drauf auf dem Sniper äh Häuschen ja was machen wir jetzt was machen wir jetzt kurz liegen bleiben und chillen alter vor uns vor uns das sind sie wohl die haben sich jetzt getroffen ja ich hab sie grad gesehen du lockst sie auch noch hier her ich schwebe sie kleinseitig ab werde ich nichts machen ne ich werde einfach ganz in Ruhe stehen bleiben und gucken was sie mit dir machen die wollen jetzt vor pushen Techno ja wollen wir jetzt rechts wieder rein das ist jetzt die Frage die werden uns auseinander nehmen ich schwör's dir wenn wir jetzt hier bleiben ruhig 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 gehst du? nein ok er kommt ich hab ihn ich hab ihn vorsicht vorsicht ruhig 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 gehst du durch den Busch? das war ich gerade ich geh jetzt raus aus dem Busch ok ich muss mich ein ich muss mich ein eventuell war da noch einer das ist hier ruhig ruhig ich hab ihn zweimal getroffen er hat mich getötet hast du? ruhig ruhig es sind drei es sind drei es sind drei okay lauf quá Okay. Es sind drei, Alter. Ich komm nicht raus. Der eine läuft rechts, der eine links. Arrian, Bro, hat mich getötet. Jetzt nur noch einer oder zwei? Zwei. Das ist ein Dreierteam. Scheiße. Noch einen. Ich hab noch einen. Alter, weiter. Alter, der hat gute Munition, Alter. Der hat meine Arme komplett runtergezogen. Okay. Das war Lack, Alter. Das war gekonnt. Das war Lack. 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 Die Arme. Chat, ihr müsst mehr abgehen, Alter. Ihr wisst gar nicht, was hier gerade los ist. Den einen lasse ich liegen. Ohne Witz. Da habe ich keinen Bock drauf. Naja, versuch am besten rauszukommen mit den Sachen, Alter. Also, wenn ich gute Clips finde oder so, dann mache ich halt meistens immer Clips, wenn ich kann. Okay. Weil Clipsen halt immer geil. Boah, fünf Minuten, Digga. Du musst dich echt beeilen. Nein, nein. Alles gut. Ich habe genügend Zeit. Das kannst du mir glauben. Selbst zwei Minuten reichen aus, um zu rennen. So, Leute. Ihr seht jetzt alles verpixelt. Das liegt aber an zwei Penkela. Warte mal. Da ist, glaube ich, irgendwo einer. Oder? Okay, das ist... Der interessiert uns nicht. Da ist ein Spieler mit einem Mosin. Oh, da oben ist ein Skeff. Kittik, nur das meine ich. Hier oben ist ein Skeff. Oh. Oh, ich wollte gerade sagen, WTF. Wie gesagt, versuch nur rauszukommen. Ja. Alter, du hast jetzt echt gleich geschafft, ne? Alter. Leute. Junge, GG, Junge, wenn da unten keiner mehr ist, Alter, das war echt eine geile Runde. Also für dich. Ja, geil, Junge. 7.000 Erfahrungspunkte. Ich habe... Ich habe 1.000 noch. Was nur? Techno. Es war ein Vierer-Team. Ach, ach, nee. Doch nicht. Doch. Doch, es war ein Vierer-Team. Nein, ich habe drei Spieler getötet. Ich habe den einen, der um die Ecke kam, zwischen den beiden Garagen habe ich getötet. Genau, und die zwei da am Anfang. Dann habe ich den einen in der blauen Kiste da getötet. Aber wo habe ich den anderen getötet? Dann hast du den doch getötet, der mich abgeknallt hat. Es hat mich jemand mit... Alter, es war ein Vierer-Team. Cordial Kiste. Untertitelung des ZDF, 2020